Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Windows 10 zurücksetzen und somit den PC bzw. Laptop auf die Werkseinstellung setzen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bevor man Windows 10 auf seinen PC zurücksetzen möchte, empfehle ich persönlich immer, dass man auf jeden Fall noch ein Backup auf zum Beispiel einem USB-Stick von seinen persönlichen Dateien macht, dass man auf diese im Notfall immer noch danach zugreifen kann. Und wenn wir das haben, dann einfach mal links unten auf das Windows-Symbol Start klicken. Danach gehen wir auf die Einstellungen. Dann öffnet sich das Ganze auch schon. Wir können auf Update und Sicherheit klicken. Danach auf der linken Seite noch auf den Reiter Wiederherstellung. Und dann sehen wir auch schon diesen PC zurücksetzen. Und wir können einfach mal noch auf den Button Los geht's klicken. Jetzt werden uns zwei verschiedene Optionen zum Zurücksetzen angezeigt. Zum einen kann ich meine eigenen Dateien behalten, bedeutet es werden nur die Apps und Einstellungen gelöscht und persönliche Dateien wie zum Beispiel Musik oder auch Bilder bleiben auf dem PC vorhanden oder die radikale Variante. Da kann man nämlich alles entfernen. Das empfehle ich auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel seinen PC verkaufen möchte. In meinem Fall möchte ich aber meine eigenen Dateien behalten, weswegen ich hier oben einmal draufklicke und dann dauert es einen kurzen Moment und wir sind auch schon an der nächsten Stelle angelangt. Nun können wir noch entscheiden, wie wir danach Windows erneut installieren möchten. Entweder über einen Cloud-Download, bedeutet das Ganze wird aus dem Internet heruntergeladen oder aber eine lokale Neuinstallation. Vom Prinzip her sind diese zwei eigentlich relativ ähnlich. Da kann man jetzt einfach das auswählen, worauf man eher Lust hat. Ich bin jedoch immer ein Fan, dass das Ganze danach aus dem Internet heruntergeladen wird. Und bei beiden Varianten muss man danach übrigens keine Lizenz erneut eingeben. Bedeutet, wir brauchen keinen Schlüssel, um Windows wieder aktivieren zu können. Deswegen klicke ich jetzt einfach mal auf Cloud-Download. Hier sieht man nochmal eine kurze Zusammenfassung. Bei mir passt das auf jeden Fall, weswegen ich auf Weiter klicke. Dann dauert es wieder einen kurzen Moment. Und wenn man sich dann hundertprozentig sicher ist, dann muss man hier unten auf den Button zurücksetzen draufklicken. Das Ganze kann danach auf jeden Fall eine Zeit lang dauern, weswegen ich auch immer empfehle, dass man es am besten über Nacht machen sollte. Und somit haben wir auch schon Windows 10 und vor allem auch den PC richtig zurückgesetzt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon, zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.